Oben geht's jetzt? Ja, jeder ist selber immer da. Hi! Hallo! Nice seeing you here. Schön euch wiederzusehen. Schön dich wiederzusehen. Wieder etwas kuscheliger. Wieder etwas kuscheliger, aber wir sind safe. Ja. Ich hoffe ihr auch. So weit es geht. Yeah! Shoutouts! Shoutouts! Oder was wolltest du sagen? Nein, also Shoutouts an mich! Und das neue Projekt, wo du Bass gespielt hast. Irritil? Ja! Sag ich das richtig? Ich hoffe. Genau, also ein weiteres Brainchild von Julius Schredgold 5000. Shoutout an den Prep. Ja, sehr tolle Vocals gemacht. Super coole Vocals, ja. Black and Death. Black and Death. Angeblich ist mir so gesagt worden. Ich dachte es ist Black Metal. Ist es nicht? Hört auf jeden Fall mal rein. Es ist heavy. Genau. Shoutout an Syverl. Wie spricht man das aus? Ah, Oluja. Oluja, ja. Cool. Da ist jetzt ein neuer Track rausgekommen. Muscles. Muscles. Ja, nur ein. Nur ein. Nur ein Muscle? Okay, nur ein Muscle. Vielleicht gibt es ein Prequel oder ein Sequel, was Muscles heißt. More Muscles. Genau. Und natürlich auch noch ein Shoutout an die Burschen in Ameer. Ja, unbedingt. Das Video, das rausgekommen ist, mega cool. Super viel Stimmung. Ich habe schon lange kein Video mehr gesehen, wo so viel Stimmung drinnen ist. Also wo du wirklich dieses, keine Ahnung, es ist so, es schreit Ameer an allen Ecken und Enden. Es ist dumm. Ja. Bist du dumm. Bist du dumm. Ich finde, was cool ist an dem Video ist, dass es das, was ich von Ameer live kenne, das, was ich mag, diese dummige Stimmung, diese Düsterheit, ist auch in dem Video drinnen. Du siehst wirklich, keine Ahnung, diese Despair, diese, ja, also Shoutout an die Burschen von Ameer. Ein großartiges Video. Super gemacht. Wirklich toll. Verpassen wir noch jemand? Ich verpasse sicher, wenn. Wenn ich mir verpasse, ist es alles meine Schuld. Haut es einfach in die Comments drunter. Schreibt generell Comments. Für 10 Euro mache ich ein Shoutout an alle, auch an die Eltern oder keine Ahnung. Ja, nein, das waren die Sachen, die ich mitbekommen habe jetzt in letzter Zeit. Kill the Liken, da ist was am Kommen. Ich glaube sogar in den nächsten Tagen. Wir nehmen das ja natürlich immer etwas im Vorlauf auf. Also es ist durchaus möglich, dass wenn diese Folge draußen ist, das neue Kill the Liken Video auch schon draußen ist. Wir haben es noch nicht gesehen. Aber es schaut cool aus in diesem einen Trailer, wo ich den Steve-O als Titanic... Oder ist das was anderes? Nein, nein, stimmt schon. Ich habe gehört aus sehr guter Quelle, dass es ein Easter Egg geben wird in dem neuen Kinder Liken Release mit einem Shoutout an Big Boys. Also ein Big Boys Easter Egg. Das ist cool. Ja, wie gesagt, ich habe noch nicht gesehen. Richtig gemacht, gerade richtig den Jörg abgelöst, damit ich den ganzen Fame kriege. Und wie ein sehr guter Freund von mir mal gesagt wird, he did nothing. Ja, du musst nicht viel arbeiten, du musst nur warten, bis Leute Kinder kriegen. Genau. Nein, ich glaube, dann haben wir soweit, soweit, glaube ich, alles. Ja. Alles soweit. Na, einen habe ich noch vergessen. Shoutout an den Gregor Eder von Stormbringer, der jetzt angefangen hat mit Covers und eigene Sachen zu filmen. Massives Improvement bei der Stimme, weil ich kann mich erinnern, das letzte Mal habe ich ihn gesehen habe mit Magma Bay. Er war immer schon ein guter Sänger, aber das ist jetzt halt, finde ich, keine Ahnung, next level. Man wirklich merkt, da tut sich was. Und was ich da sehr spannend finde, ist, dass er irgendwie so einen Punkt macht, dass er alles macht. Genau. Also, okay, spiele ich halt E-Drums und Bass und Gitarre und Singen. Na, supercooler Musiker, großartiger Reviewschreiber, das auch, also Reviews von Gregor zu kriegen, ist eine feine Sache, auf alle Fälle. Und er ist einfach ein super, super netter, cooler Dude, mit dem es auch nett plaudern ist und abhängen bei Shows. Also, auf ein baldiges Wiedersehen, vielleicht ein baldiges Review von irgendwas, das ich wieder lesen kann. Hint, ich brauche ein Review für Ihre Ziele. Nein, nein. Ja, genau. Cool. Dann fangen wir an. Direkt. Mir wurde ein Thema zugetragen, ich sage nicht von wem. Kurzfassung, Bands Sudern. Ganzes oder einzelne Leute in Bands? Alles, scheinbar als ganze Entity. Okay, es ist eine große Suderei. Was war nicht damit? Es ging, es ging ein bisschen um das Thema, du spielst einen Gig, der Gig ist vielleicht weiter weg. Und du musst dorthin fahren und natürlich ist es nicht alles... Urzach. ...Rosen Pedals, genau, richtig. Boah, urzach und keine Ahnung, dann musst du halt dort aufbauen und Equipment und ja, und das, es wurde da halt ein bisschen... Das Thema war ein bisschen so, okay, wieso beschweren sich Leute über Dinge, die sie freiwillig machen? So im Sinne von, ah, muss ich ins Studio oder keine Ahnung, ich muss mir Zeit nehmen und ich hab die Zeit nicht und die wollen immer so viel... Keine Ahnung, kennst du, kennst du Suderein? Also nicht namentlich. Na, natürlich. Aber... Das ist ja, genauso bei mir, egal mit welchen anderen Hobbys, hat man schnell einmal dieses, boah, das muss ich jetzt morgen machen oder... Ähm, du hast das ausgemacht, wo du halt mit anderen Leuten das gemeinsam machst und... Keine Ahnung, zwei Stunden bevor es losgeht, hast du irgendwie gesagt, boah, ich hab eigentlich gar keine Lust und... ...zach und jetzt muss ich das aber machen und dann sudest du halt nicht. Ähm... Ja. Ich glaube, das ist irgendwie inhärent am Menschsein. Ähm... Es muss halt nicht... Es muss sich in Grenzen halten, denke ich mal. Weil wenn es zu... Wenn es zu zah wird, wenn du zu oft sagst, ähm, es freut mich nicht, dann solltest du generell, meiner Meinung nach, überdenken, ob es dich als der ganze Zeit noch freut. Ja. Ja, ich meine generell... Ich verstehe die Sache mit der Anfahrt zum Beispiel, ja. Köln zu fahren, auf Köln zu fahren war... Ich hab's geliebt. Ich meine, ich bin halt an, dass ich liebe solche Fahrten zum Beispiel. Love it. Ich finde, dass es halt... Hat irgendwie sowas von so einem Trip und so ein... Und gerade bei Mothership zum Beispiel war es für mich halt immer so, okay, es ist so eine Mission. Ja. Und ähm... Das ist cool. Ich verstehe auch, dass Bands zum Beispiel sagen, ja, wieso soll ich... Drei Stunden dorthin fahren. Auf der anderen Seite verstehe ich's aber auch wieder nicht, weil... Wenn du die Chance für einen Gig hast und fünf Stunden hinfährst für den einen Gig... Natürlich tust du's. Weil... I don't know, was... Was soll sonst... Wie soll's sonst ausschauen, ja? Na eh, sicher. Man will ja... Oder ist es nicht... Sag mal, grad im... Im... Metal-Bereich will man ja Shows spielen. Ähm... Weil das irgendwie... Oder für den Großteil der Musiker, denke ich... Ähm... Ja. Und... Dann ist ja das etwas, was man einfach... Einfach... Was dazugehört. Oder? Absolut, ja. Ich will jetzt nicht unbedingt sagen, muss man in Kauf nehmen, weil das hört sich schon wieder negativ an. Aber... Ja, in Kauf... Nein, in Kauf nehmen... Ich muss auch sagen, du nimmst schon in Kauf, dass du halt... Für eine halbe Stunde, drei Stunden fährst. Jaja, na klar. Das ist... So eine Sache... Ähm... Aber es... Wie gesagt, es muss halt... Das, was es dir gibt, eben diese Energie oder den Spaß oder die Freude des Live-Spielens, musst du halt natürlich ausgleichen. Und ich denke, ein Großteil der Musiker findet schon einen Ausgleich darin. Ja, das ist das Richtige, ja. Wenn ich es nicht hoffe. Ich meine, das war jetzt ein Ding von der Suderei, was zu diesem Thema dazugehört hat. Ein anderes Ding war... Also wenn wir es jetzt weiterspinnen zum Thema Suderei, was mir zum Beispiel einfällt jetzt, ist, dass ich öfters von Leuten schon gehört habe, ja und... Ich weiß nicht... Dieses typische... Ja, ich würde ja gern das und das spielen, aber ich kann es nicht, weil das ist mir zu schnell, zu schwierig, zu viel und ich habe die Zeit nicht zu üben. Also... Ohne jetzt bösartig zu sagen, ich höre viele Leute Entschuldigungen machen. Mhm. Aber ich höre viele Leute Entschuldigungen machen. Für Leute, die auch teilweise wirklich gut sind. Für halt... Ja... Keine Ahnung. Ich bin nicht top of the hill, was Bass angeht. Überhaupt nicht. Ja... Absolutely not. Da gibt es viel bessere in Wien. Aber zum Beispiel, wenn mir Leute sagen, ja... Ich weiß eh, ich müsste auch mehr üben, dann... Oder keine Ahnung, es zu behandeln zum Beispiel, als wäre ich besser, obwohl ich es nicht bin und wir alle wissen, dass es nicht so ist. Oder generell, wenn du dazu sagst, ja, dieser Level von Band oder Musik ist unerreichbar, weil das kann ich nicht spielen. Mhm. Das gehört für mich auch irgendwie zur Suderei dazu. Dieses... Oh Gott, ich muss üben für mein Instrument. Who would have thought? Ja, wer hätte das gedacht? Glaubst du, das sind Leute, die vielleicht nicht so ein realistisches Bild haben von... wie es eigentlich ist? Also wenn du jetzt einen... Zum Beispiel den Grimm... Ja. Als Drummer. Von denen wissen wir es beide. Übt unglaublich viel. Und steckt unglaublich viel Zeit rein. Mhm. Eben für... Wie viel Bühnenzeit? Für eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde. Eben. Und... Das ist nicht so... Natürlich macht das auf der Bühne... Vor allem dein Kit reinhauen am meisten Spaß, aber... Du kannst nicht nur das machen. Ach... Du musst eben wie er auch jeden Tag so viele Stunden das machen, bis du auf... so einem Punkt bist. Ähm... Und ich... Ich weiß halt nicht, ob viele Leute das einfach unterschätzen oder... Ähm... Ich glaube schon, dass sie es unterschätzen. Weil du ihn gerade erwähnt hast. Shoutout an den... An den Kerim... Ähm... Mit dem ich... Vor kurzem erst geredet habe. Der... Dieser unglaublich sympathische und... Tolle Mensch, der... Tatsächlich eine arge Übungsroutine hat. Aber sehr, sehr diszipliniert ist. Und das merkst du... In der Art, wie er sich führt auf der Bühne. In der Art, wie er... Generell als Person... Als... Als Drummer auftritt. Keine Ahnung... Der Kerim... Hab ich das Gefühl... Er... He leaves nothing for chance. Also er lässt nichts dem Zufall übrig. Ja, ja, ja. Beim Kerim gibt es kein... Vielleicht kann ich das heute. Oder vielleicht nicht. Aber beim Kerim ist es ein... This is happening, ja. Voll. Ähm... Also er hat eine unglaublich coole Übungsroutine. Und... Und... Ist auch super dahinter. Natürlich... Natürlich... Ist der Kerim tatsächlich ein... Berufsmusiker. Ein anderes Level. Naja... Genau deswegen... Habe ich ja das Beispiel gebracht. Weil eben... Viele Leute, die es halt zum Spaß machen... Wären gern so gut wie Berufsmusiker. Ähm... Oder... Irgendwie ist das ein Ziel. Ja. So ein Level zum Beispiel. Das ist ja dann doch irgendwo ein Vorbild. Oder ah... Der in der Band ist so gut und so. Und... Und... Vielleicht sieht man... Oder vielleicht unterschätzen eben... Viele Leute... Wie viel Zeit reingeht, um das zu bringen. Und das ist nicht... Naja... Ich prob einmal im Monat. Oder ich übe dreimal im Monat. Ja. Sondern da muss man eher mit täglich... Naja... Täglich... Denken und rechnen. Fragt einmal den Jörg... Wie viel er geübt hat... Am Buzz... Bevor er... Der devastating enemy... Devastator... Geworden ist... Der war... Ich meine... Er hat es fix auch schon mal erwähnt... In Folge... Whatever... Er hat schon mal darüber geredet... Was er für Übungsroutinen hat... Genau... Und das war halt richtig... Ich... Gehe zur Schule... Oder mache mein Ding... Oder gehe zur Arbeit... Komm heim und übe... Und dann gehe ich essen und schlafen... Ja... Das ist generell ein Ding... Ein Ding mit üben... Mit allen Dingen, die du machst... Ist... Aber glaubst du... Weil Leute... Dieses Time Commitment nicht... Haben oder machen wollen... Oder so... Ich glaube... Ist da... Weil ich denke mal... Dass das irgendwie zusammenhängt... Mit dem Sudern... Und den... Die Entschuldigungen... Ja... Ich denke schon... Ich... Ich möchte nicht sagen... Dass irgendwer der sagt... Na... Ich kann... Dass das schlechte Musiker... Oder schlechte Menschen sind... Oder sowas... Natürlich nicht... Ich glaube tatsächlich... Dass sie es einfach unterschätzt haben... So wie es ich... Oft unterschätzt habe... Ja... Hey... Du... Ich merke es ja selber... Jetzt wo ich einen Bass habe... Und ein bisschen herumtue... Höre ich natürlich auch... Songs... Die ich sehr gut kenne... Anders... Weil ich versuche rauszuhören... Was der Bass macht... Und es ist mir schon oft passiert... Dass ich denke... So... Das geht... Das kann ich... Da muss ich mich hinsetzen... Das muss ich lernen... Und dann kann ich das... Dann schaue ich mir die Tabs an... Und dann ist es schnell so... Ja... Ich habe keinen Bass in der Hand... Ich schaue okay... Dass ich keinen Song... Ich kenne die Rhythmik... Nächstes Mal... Wenn ich einen Bass in der Hand habe... Passt schon... Und dann nehme ich ihn in die Hand... Und dann ist es... Masslos überfordert... Also... Kein Arsch will schließen... Das ist... Ja... Und... Und... Ich suh da dann halt... Nicht drüber... Offensichtlich... Also zumindest... Ich merke es bei mir nicht... Aber... Ähm... Das ist eben schon... Dieses... Unterschätzen... Beziehungsweise... Meine eigenen Fähigkeiten... Überschätzen... Ähm... Und dann aber irgendwie... Dann aber irgendwie... Nicht die Verantwortung dafür übernehmen... Genau... Dass man es überschätzt ist... Oder dann eben nicht sagen... Passt... Ich will das jetzt trotzdem lernen... Ich lasse jetzt... Sehr viele Sachen einmal... Außer vorher... Und übe das jetzt... Bis ich es kann... Ich meine... Zudem gehört auch irgendwie dazu... Für mich... Das Geld... Das reinfließt... Ähm... Boah... Der kostet urviel... Äh... Ja... People... Kosten... Kosten Geld... Die das machen... Wenn du ein gescheites Produkt haben willst... Aber ist das... Glaubst... Das macht die Fahr... Fahrerei... Zusätzlich... Etwas... Wo man surrt... Wenn man weiß... Ich fahre jetzt... Ähm... Fünf Stunden... Irgendwo hin... Und wir kommen... Wir bekommen gerade mal Sprit Geld... Ja... Ja... Es ist es... Ich meine... Aber dann wiederum... Keine Ahnung... Wer bist du... Dass du Geld kriegst? Und ich sage das bewusst... Es ist provokant gesagt... Ich weiß es aber... Who the fuck are you... To get money? Weil... Ähm... Ja... Im Moment geht es gerade... Bands generell nicht sehr gut... Und es ist ein Problem... Das die Industrie hat... Dass einfach... Live spielen... Schon eh schon nicht gut bezahlt wird... Und dann... Die Bands... Die natürlich... Regional sind... Noch weniger kriegen... Oder gar nichts kriegen... Glaubst du... Dass... Die jetzige Situation... Das Sudern... Eher verstärkt... Oder... Reduziert... Weil vielleicht kommen uns viele drauf... Ah... Gar nicht... Spielen ist auch nicht... Leihwand... Vielleicht sollte man doch... Schauen... Oder uns... Uns glücklich schätzen... Das nächste Mal... Wenn wir im Ruin fahren müssen... Ich glaube... Ich glaube... Dass das Gras immer grün ist... Wo man gerade nicht ist... Ähm... Okay... Also... Ah... Ich würde sogar ein Live spielen... Hey... You wanna play a gig? Nein... Ich fahre sicher nicht... Nein... Also... Ich will es auch gar nicht verallgemeinern... Ich fand das Thema einfach super interessant... Einfach deswegen... Weil es ich gar nicht am Radar habe... Ich habe... Überhaupt keine Bands Sudern hören... Ich habe nur gehört... Ja... Geil... Wir dürfen dort hinfahren... Ja... Ich muss... Ich muss schon ehrlich sagen... Ich als... Ähm... Sagen wir mal... Fotograf... Oder... Jemand... Der ab und zu... Was für Bands macht... Oder mit Bands macht... Ich habe schon... Schon wirklich... Auch Bands als ein ganzes... Gesammelt... Sudern hören... Über... Eben... Ja... Wir werden nie einkladen... Für sowas... Oh... Das... Das... Machen wir auch auf... Und... Das wird... Schier... Ähm... Nein... Also... Wie gesagt... Deswegen habe ich auch... Vorhin gefragt... Meinst du... Sudern als... Band... Oder als... Einzelpersonen... Ich meine jetzt wirklich... Sudern... Das, was ich schlimm finde... Ist, wenn wirklich eine Band... Sudert... Nämlich so, dass ich es... Mit der Band verknüpfen kann... Ja... Nicht ein Typ, der mir sagt... Hey... Boah... Die Show ist nicht gut organisiert... Und ich fühle mich heute nicht gut... Mir geht es nicht... Für wirklich eine Band... Die sagt... Das ist ein Wahnsinn... Dass das so ist... Und da die Organisation... Ähm... Ich muss auch ehrlich sagen... Wie gesagt... Not gonna name names... Ähm... Weil... Vielleicht ist das auch nur einfach... Eine persönliche Erfahrung... Man kann ja da nicht generalisieren... Auch wenn man die Leute nicht gut genug kennt... Ähm... Aber es... 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 Ja... Ja... Ähm... Lasst euch da seine Lehre sein... Von dem Mann... Der es... Wirklich weiß... Ähm... Seid's keine... Seid's keine... Fucking Dicks... Weil... Die können's noch so gut sein... Die Leute werden sich von euch distanzieren... Ähm... Weil ihr einfach... So viel Negativity bringt... Und das ist gar kein... I don't know... Be positive... Be positive... Ja... Ähm... Aber... Einfach wirklich dieses... Wenn ich... Wenn ich Leute sehe bei Konzerten... Und alles was ich höre... Ist Suderei... Wie ich's von mir selber kenn... Ähm... Und ich wollte mir auch schon... Oft nicht zuhören... Also in der Vergangenheit... Ich denke mir oft... Wenn ich zurückdenke an Sachen... Wundere ich mich auch... Warum Leute überhaupt mit mir geredet haben... Weil ich nur gesudert habe... Ja... Die machen das... Und die... Wieso dürfen die dort spielen... Und die... Spielen da... Warum war ich doch nicht... In der Stabhalle... Na ja... Voll... How about... Taking... Fucking responsibility... Verantwortung... Für... Fürs... Fürs eigene Handeln... Und für's eigene... Für die eigene Situation... Ich... Um jetzt kurz nochmal zurückzukommen... Auf die Situation jetzt gerade... Das ist ein Ding... Das hab ich schon gehört... Ja... Ja... Wir wollen Live-Shows... Ähm... Oh Gott... Konzerte müssen jetzt im Sitzen sein... Oh... Ja... 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 Okay finde... Ich... Muss sagen... Ich... Trau mich teilweise auch nicht mehr in die Mausspitze... Ähm... Weil ich einfach... Zu old... Gar nicht... Aber zu... Ich... Ja... 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 Zu... Zu vorsichtig vielleicht... Ähm... Aber ich kann nicht... Dann nehmt sein Album auf... I don't know... Letztes... Bestes... Zeit für... Songmaterial... Oder... Oder macht's das wie... Wie viele andere Bands... Organisiert's was... Dass ein... Ein... Film macht... Das... Ja... Voll... Also ich denke schon... Dass das da oft halt bei Leuten... Und ich verstehe es... Ich kann es wirklich nachvollziehen... Dieses... Oh... Wir können das nicht machen... Wir sind so arm... Und... Oh... Das geht nicht... Und ja... Wir würden so gern... Aber... Ja... Und eben im erweiterten Sinn... Wenn ich nochmal erweitern darf... Dieses... Ah... Ich würde gern... Ähm... Dieses... Show-Reihe... Oder... Mit der Band gemeinsam... Ich meine... Es gibt schon ein Level an Suderei... Das ich auch verstehe... Weil es gibt tatsächlich... In meiner Erfahrung... Tatsächlich... Festivals... Vielleicht... Nicht Festivals... Aber es gibt Veranstaltungen... Wo... Ich mir schon denke... Das ist ein... Das ist ein ziemlich festgefahrenes Radl... Von Bands... Die immer wieder kommen... Und ich finde es schön... Aber... Sehr schwer von außen rein zu kommen... Beziehungsweise es gibt... Natürlich... Gibt es... Kreise... Wo du... Irgendwer als Außenstehender... Nicht... Nicht so rein kommst... Ähm... Ja... Sicher... Aber... Das ist dann auch wieder so eine Sache... Ähm... Ehm... Du sagst... Vielleicht ist das Rad schon zu festgefahren... Ja... Oder es ist eine Self-Verfilling Prophecy... Ich komme dort nicht rein... Deswegen versuche ich es gar nicht... Oder ich gehe mit der Attitude ran... Na... Die wollen mich eh nicht... Und die denken sich so... Hey, der will eh nichts... Wow... Ja... Ja... Ich meine... Da merkt man dann natürlich schon auch... Networking... Networking, ja... Und eben was du vorhin gesagt hast... Don't be a dick... Networking... Networking ist super wichtig... Und das macht ganz viel Suderei obsolet... Weil... Klar... Weil oft ist es einfach nur mal gemeinsam plaudern... Und dann kommst du auf etwas drauf... Und dann... Ja... Vielleicht kommst du auch drauf... Aber... Das passt eh nicht zusammen... Vielleicht ist es auch das... Was draufkommt... Und Networking... Networking macht ganz viele... Ganz viele Sachen... Über die man einmal sudert... So wie ich kriege das nicht... Oder ich... Ich bekomme diese Sache nicht... Oder wir dürfen dort nicht spielen... Das macht vieles obsolet... Weil du... Einfach... Möglichkeiten kriegst... Die... Und dann einfach selber ausloten kannst... Will ich es überhaupt... Ja... Vielleicht willst du nicht auf einem Festival... In Kärnten spielen... Oder in Salzburg... Oder... Keine Ahnung wo... Aber zumindest die Möglichkeit zu kriegen... Oder mal mit den Leuten zu reden... Und zu schauen... Passt man dort als Band überhaupt rein... Oder wollen wir das überhaupt... Ist es uns das wert... Keine Ahnung... Ich meine... Master of Networking... Ist logischerweise... Der Herr... Der normalerweise da sitzt... Also nicht... Das letzte Mal... Sondern das... Like... Bevor... Wer sagt es dem Jörg... Dass ich so gut über ihn rede... Don't... Vor allem... Er schaut auch nicht zu... Voll... Er schaut eh nicht zu... Der Podcast Scheiße... Na... Das ist halt... Meister vom Networken... Und... Und... Keine Ahnung... Ja... Ich habe auch schon über den Jörg gehört... Hey... Wieso... Wieso ist immer der Jörg... Wieso kriegt immer der Jörg... Die Aushilfsjobs... Etc... Weil er einfach mit vielen Leuten redet... Und anschreibt... Und ständig am... Tun und Machen ist... Ich glaube die Leute... Haben überhaupt keine Vorstellung davon... Wie viel Networking der Jörg macht... Und wie viel Zeit dahinter steckt... Ja... Wenn ich mehr als sechs Leute gleichzeitig anschreiben muss... Ja... Das macht mich fertig... Ich bin... Ein... Ich bin wirklich am Ende vom Tag... Ich... Ich pack's nicht... Ja... Oder Leute zu organisieren... Für einen Termin... Bist du deppert... Hey... Kannst du da... Ja... Kannst du da... Nein... Und ich bin so... Was mache ich jetzt... Another... Ein anderer Termin... Da kann ich... Da kann ich viele Stories erzählen... Termin organisieren... Ja... Aber das heben wir auf... Das heben wir auf... Für ein anderes... Aber das ist halt... Das gehört wirklich dazu... Networking zu machen... Weil... Es geht nicht mehr nur über... Mein Produkt ist das Beste... Und es verkauft sich selber... Ja... Ich meine... Aber... Man muss schon auch sagen... Ähm... Es gibt auch viel Networking... Da draußen... Was... Meines Erachtens nach... Fragwürdig ist... Ähm... Und das sind dann eher diese... Du meinst Nazis... Oder... Auch... Nein... Aber wie oft... Wie oft ich von Bands höre... Oder auch selber schon erfahren habe... Dieses... Ja... Wir machen eine Networking-Plattform... Ähm... Das ist... Das ist voll cool... Ich bin voll dafür... Es sollen mehr Möglichkeiten dazu gehen... Aber sobald dann kommt... Ja... Und wir wollen dann... Dass Bands miteinander reden können... Und... Du kannst beitreten... Wenn du 5 Euro zahlst... Wirklich? Ja... Und dann ist es dann gleich schon... How about no? Weil... Fix not... Broody... Ja... Es gibt da schon auch Leute... Die versuchen dieses Networking irgendwie zu monetizen... Oder... Auf eine falsche Art und Weise einzusetzen... Natürlich ist das... Meiner Meinung nach das Sinnvollste... Schau welche Leute du anschreiben willst... Und schreib die einfach direkt an... Es sei denn jetzt über ihre offizielle E-Mail-Adresse... Oder... Was auch immer... Und... Das ist das Schöne am Internet... Ich kenne das ja selber jetzt in... Komplett anderer Sache... Aber... Ähm... Ein... Ein... Wunderbarer Herr... Namens Tom Welsh... Der eine super Doku über die Architects gemacht hat... Und... Mehr oder weniger... Alle Welsh's Liebes Videos macht... Ähm... Ist ein... Ein sehr sehr guter Kameramann... Und... Ähm... In Sachen Networking... Weißt du eh... Der Typ hat eh eine Web-Präsenz... Hm... Ich hab... Einfach nachdem ich diese Architects-Doku gesehen habe... Hey Tom! Wie geht's? Teach me! Und... In... In... In neun von zählen Fällen... Wo ich Leute anschreibe... Mit irgendwelchen Fragen... Noch so technisch... Oder noch so spezifisch... Krieg ich eine Antwort... Weil man einfach inschreibt... Hey! Ich hab das gesehen... Das ist cool... Ähm... Wie hast du das gemacht? Oder kannst du mir erklären... Wo ich da mehr Info finde? Und ich bin mir sicher... Das funktioniert bei Lokal-Bands genauso... Hey! Ich hab gesehen... Ihr habt mit der Band gespielt... Ich würde auch gerne mal mit denen spielen... Äh... Wer hat das veranstaltet oder wie soll es dazu kommen? Du darfst dich halt nicht von dieser einen von zehn Personen anpissen lassen, die halt vielleicht nicht antwortet oder unfreundlich ist oder oder meistens weil meistens über über das ist so eine Social Media Communication Geschichte, dass halt oft Leute das gar nicht böse meinen. Ich bin so einer von den Kandidaten, die oft auf Nachrichten vergessen zu antworten, die länger sind. Und ich bin heartbroken, wenn ich die dann finde, weil ich oh Gott, die Person, Jesus, vergessen dazu antworten. Jetzt gar nicht, weil ich so super, super viele Messages kriege, aber einfach, weil ich halt teilweise in meiner Arbeit oder Alltag irgendwie versumpere. Oft meinen es die Leute gar nicht böse, aber man darf sich nicht aufhalten lassen. Ja klar, es wird immer wieder, du willst immer wieder auch als Band Mails kriegen, wo du denkst, bitte was ist das jetzt? Oder egal, ob es Veranstalter sind oder andere Bands, wo du denkst, oh, der Typ ist. Und statt dass man dann den Schritt macht und so sagt, oder ihr werdet nicht glauben, was für ein Idiot der Typ ist. Lass es einfach, lass es, keine Ahnung, lass es einfach sein und dadurch reduzierst du diesen Amount of Negative Output, weil es gibt nichts Uncooleres als Metal-Dudes, die whiny sind über warum sie das nicht machen können und das nicht machen können. Ja. Und dann gehst du auf die Bühne und versuchst, mir zu präsentieren, dass du, I don't know, was auch immer, was auch immer bist. Ja, in einem Mikrofon schreien macht dich nicht hart. Die härtesten Leute, die ich gesehen habe, waren echt die Leute, die weinhart durch den Raum gehen und andere Leute in die Hand schütteln, wo ich weiß, die sind eigentlich mega pissed auf die, aber they're just bigger than that. Und das fand ich halt immer super cool. Und ich habe mir sehr viel von Jörg zum Beispiel versucht abzuschauen, was Networking angeht. Einfach dieses Hey, just do it. So wie du auch. Einfach schreiben und schauen, was kommt. Hey, hallo. Und wenn nichts zurückkommt, dann kommt halt nichts zurück. Dann bist du am selben Punkt, wo du bist, wenn du nicht hinschreibst. Genau, richtig. Und davon darf man sich, aber ich verstehe oft dieses, wenn es um Networking geht, diese persönliche Barriere von ich möchte mich nicht embarrassen und ich möchte mich nicht in diese Position bringen, dass ich der hat mir nichts zurückgeschrieben. Oder wenn du eben was was fragst, wo man der Meinung ist, das sollte doch offensichtlich sein, dass der andere dann so was, der weiß das nicht, so ein Noob. Vor allem. Für mich ist das zum Beispiel ganz hart, das ist ein Augevergleich. Für mich ist das ganz hart auf der Universität. Wenn ich dort Leute fragen muss oder Professoren anschreiben muss, merke ich ganz genau diese Freezing. Sehr geehrter Herr Professor Doktor, könnten Sie mir bitte... Der glaubt fix, ich bin dumm. Ja, voll. Der glaubt fix. Und du gehst halt wirklich, also Sachen, die ich normalerweise nie schreiben würde, Konjunktiv 4, ja. Könnten Sie bitte, wenn Sie Zeit würden... Und die schreiben dann oft ganz gechillend einmal zurück und dann denkst du dir, fuck. Und weißt du, du tust dir das Uhr an und sitzt eine halbe Stunde da und dann kommt zurück, sehr geehrter Herr, ich sage euch nicht meinen echten Nachnamen, Fuck you. Lang braucht. Er wird surfacing irgendwann. Aber die schreiben dann auch so sehr geehrter Herr so und so, sehr gerne, bla bla, können wir das machen, kommen Sie einfach vorbei. Und du merkst halt dann einfach, was für einen riesigen Druck du dir gemacht hast. Ja. Und es sitzt eine ganz normale Person am anderen Ende. Und es ist egal, wenn du schreibst. Ich meine, logischerweise, be realistic. Aber theoretisch, sorry, wenn du sogar zum Matt Heavey durchkommen kannst, auf seinem fucking Twitch-Stream. Und er irgendwie... Es ist alles möglich. Die Leute sind alle nicht so distanziert, nicht so weit weg, wie man glaubt. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz cooler Schlüssel zum Networken. Die Leute sind näher bei euch, als ihr glaubt. In vielen Fällen wollen sie es ja auch. In vielen Fällen sind Leute ja voll offen und würden gern zusammenarbeiten und was gemeinsam machen. Und das ist jetzt wurscht, ob das eine lokale Band ist, mit der man was zusammen machen könnte oder ob das eben ein International Superstar ist. Oft sind sie ja froh, wenn ein Fan oder ein Peer schreibt, hey, das ist for cool, wie geht das? Oder zeig mir das. Oder auch einfach nur ein, hey, das ist for cool, Punkt. Das gehört auch zum Networken dazu übrigens. Networken heißt nicht nur ein, ich will was von dir oder bring mir was bei oder wie hast du das gemacht, sondern es ist auch einfach eine Beziehung aufrechterhalten, in der du sagst, hey, ich hab das gesehen, das war ein Leiband. Danke. Das ist ein super wichtiger Punkt. Bist du Deiber? Das ist ein urwichtiger Punkt eigentlich, Leuten einfach Komplimente zu geben, ohne was davon, ohne was dafür zu erwarten. Wenn es stimmt natürlich. Ja, wenn es stimmt. Beziehungsweise, was könnt ihr schreiben, wenn ihr einer Person Respekt zollen wollt, aber die Musik selber nicht cool findet? Darf ich ein Beispiel von mir, und ich glaube, da kann ich sogar Namen nennen, der Hens hat ja vor, keine Ahnung, nicht allzu langer Zeit, ich schätze mal ein Jahr, circa ein Solo-Album rausgebracht. Guitar God, also auch ein Shredmaster. Und mir haben ein paar Sachen im Mix nicht gefallen, oder im Mastering, je nachdem wo halt. Und ja, solche Sachen, weil ich kenne ihn sehr flüchtig, ich habe ihn immer mal gesehen, Hallo, Servus, und passt, aber trotzdem habe ich hingeschrieben, hey, gratuliere zum Release, hat mir voll getaucht, aber wenn ich dir Feedback oder Input geben darf, das und das hat mir im Mix nicht gefallen. Und ich weiß nicht, ob das Absicht war, magst du mir dazu was sagen? Wo er dann auch gesagt hat, nein, das war schon beabsichtigt, und das ist dann auch gesagt, okay, cool, dann sind wir halt einfach unterschiedliche Meinungen, oder beziehungsweise haben wir einen anderen Geschmack, das ist ja alles absolut in Ordnung, aber er hat mir auch gesagt, oder erklärt, es war das erste Mal, dass er die komplette Produktion selber gemacht hat. Und er wird sich's überlegen und schauen, wie er das einbaut, oder ob er das noch einmal betrachtet für einen nächsten Release. Ja. Okay, cool, das ist perfekt, weißt du, man kann ja sagen, nein, das war Absicht so, und schade, dass es dir nicht so gefallen wie mir, no big deal. Und wie gesagt, er weiß jetzt von zumindest einer Person diese Meinung zum Mixmaster, und kann damit dann eventuell was machen, oder kann auch sagen, na, das, was ich gemacht habe, taugt mir mehr als das, was der will. Aber das ist eben meine Herangehensweise zu, wenn ich Feedback habe, oder wenn ich Input habe, zu Leuten, die ich nicht so kenne, ich schreibe dann trotzdem hin und sage, hey, Leimann, gratuliere zum Release, das ist sehr cool, das hat mir weniger gefallen, oder hast du das aus irgendeinem bestimmten Grund so gemacht? Ja? Vor allem, ich glaube, das ist ein ganz wichtiger, wichtiger Punkt, dieses Feedback geben, sich gegenseitig, sich gegenseitig Feedback geben und Kritik geben, weil ich habe das Gefühl, viele Leute, die etwas nicht wirklich, denen etwas nicht wirklich taugt, sagen dann gar nichts, weil sie sich nicht trauen, oder weil sie zu nett sind, zu Leuten zu gehen und zu sagen, na, sorry, Respekt vor dem, was ihr versucht habt, aber das und das ist nicht ganz rausgekommen. Da muss ich tatsächlich jetzt vernamen einen Shoutout an den Refg von Pröllenkirchen und an den Viktor Sohm. Was ich nämlich bei den beiden immer schätze, ist, dass sie dir straight eine Antwort geben, auf jede Frage, aber nicht schauen, dass sie es, es geht nicht um Sugarcoaten, sondern dass sie, sie geben dir ihre Sicht auf eine nette Art und Weise, mit aber den Facts, zum Beispiel, ja, mir stalkt der Sound, aber mir, da, mit dem kann ich nichts anfangen, oder, keine Ahnung, ja, es ist nicht so, dass die Riffs sind nicht so der Burner, aber Vocals, etc., gut, also, das ist, so zu sagen, das sind, das sind Sachen, die ich immer cool finde, dass du, dass ich zum Beispiel wirklich fragen kann, okay, yo, den Viktor, zum Beispiel, hey, was sagst du, und ich weiß, es kommt, er macht es relativ gut, er macht es relativ gut, das Soundwatch-Methode, ja, ich weiß nicht, ob es bewusst oder unbewusst, aber, und das würde ich mir eigentlich von viel, viel mehr Leuten wünschen, auch, dass sie, dass sie auch schreiben, hey, cooler Release, talkt mir, und halt, wie soll ich sagen, wenn dir nicht alles taugt, dann sag halt, was dir nicht gefällt, gib aber Vorschläge, wie sie es besser machen können, gib ihnen eine Art, wie soll ich sagen, eine Art Geschenk mit, hey, ich fände es cool, wenn du das machst, in Zukunft, und dann kann man selber, dann kann man selber mehr daran arbeiten, weil oft sitzt du halt auf, du sitzt halt alleine mit deinem Ding da, das ist so, hey, hey, warum hört sich das keiner an, mache ich irgendwas falsch, und dann wirst du insecure, und daraus entsteht diese, ja, die anderen sind böse, und keiner hört sich das an, und dann redest du auf einem Konzert, fragst du mal, hey, hast du dir das angehört, nein, nicht, aber ich kann, wenn du magst, und dann kriegst du vielleicht im nächsten Tag ein Feedback, und oh, es ist gar nicht kacke, es ist eh cool, es hat sich noch keiner angehört, weil irgendwie, ja, und das, das, das natürlich hängt da eben, das Sudern und Networking, auf unterschiedliche Arten zusammen, absolut, ja, weil es entsteht, glaube ich, diese negative Suderei, oft aus einem, ich bin hilflos, und ich weiß nicht, was ich machen soll, und die Szene und die Leute helfen mir nicht, und die Szene und die Leute haben aber, kein Plan, keiner hat er an, was los ist, wieso ist der so angefressen, why is he coming to a band practice with a gun, ja, nein, und das ist, klar, da hilft Networking, und vielleicht hilft es auch einfach, auf diese Art und Weise, wenn man, wenn man sagt, vielleicht ist man auch, so wird man, weil man angefressen ist, dass irgendwas nicht so ist, wie man es will, versuch es umzudrehen in ein Networking, versuch es umzudrehen in, hey, meine Sicht ist das, meine Herangehensweise wäre so, hast du dir das schon mal überlegt? Genauso kann man, kann man das mit einem Veranstalter machen, wenn du sagst, die Konditionen irgendwas, oder die Fahrerei, dass du mal schreibst, hey, ja, cool, geht sich jetzt nicht aus, oder mache ich, aber überleg dir das nächste Mal so. Ja, voll. Stabt dann, dich umzudrehen, und zur anderen Bands zu sagen, oh, das ist Uhrzach. Voll. Und sagt es den Leuten, sagt es den Veranstaltern zum Beispiel auch, was Sache ist. Mehr Big Macs im Backstage. Voll, mehr Big Macs im Backstage. Warum gerade Big Macs? Just because. Was ist das für eine Frage? Sorry, also ja, Big Boys, Big Macs. Ja, ich kann nichts anfangen mit dem Big Macs, ich muss die Labeln rauszahnen. Hat es noch nie irgendwie einen Veggie Big Macs oder irgendwas gegeben? Nein. Nein, ich weiß nicht, warum kein Idiot auf jemanden auf die Idee gekommen ist. Das wäre ein Veggie Label. Weil das wäre, das wäre, ich würde die einfach auf Vorrat kaufen und einfrieren. Zauß. Ich würde es der Katze geben, ich weiß es nicht, aber hauptsache so keep this thing alive, wenn er jemals mehr draufkommt. Shoutout an alle Fastfood-Restaurants für never ever doing that, you stupid fucks. Nein, aber ich denke, das ist wirklich ein super wichtiger Punkt, auch für neue Bands, für jüngere Bands, keine Ahnung, die jetzt, ich meine shit, ich habe letztens mit dem Shoutout an den Sebastian geredet von, 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 Streets, Streets, straight in the Goshen, Street to the Ocean, und wir werden fucking old, ja, ich meine, Jörg ist old, aber ich werde auch old, und, ja, es kommen jüngere Bands nach, I don't know, ist eine coole, ist eine coole Sache, auch an die neueren Leute, approach people, geht es auf Leute zu, und wenn ein Typ ausschaut, als wäre das arroganteste Anschlag, was auf mich sehr gut zutrifft, oft bei Konzerten, dann erst recht, weil du hast keine Ahnung, was du lernen kannst von Leuten, nicht von mir jetzt, aber generell von, von Leuten, die ausschauen, als wären sie die ärgsten, arroganten Idioten, dann gehst du hin und so, hey, ja, ja, cool, ich meine, es ist ein blöder Vergleich, aber so habe ich den Jörg kennengelernt, der Jörg war nicht arrogant oder sowas, aber ich habe einfach gedacht, ich bin im Tag stand irgendwie in der Szene, und da habe ich gesehen, okay, da steht der Jörg in der Ecke mit seiner Kamera, und ich war so, okay, das ist der Typ von Devastating Enemy, fuck it, er hat uf. viele Faceless Covers und sowas, und es war halt so, fuck, how the fuck, do you play this, ja, wie macht man das, einfach hingegangen und geredet, keine Ahnung, das ist, das ist, wie es dann, wie es dann angefangen hat, er hat mich dann später irgendwann für Call the Mothership angeschrieben, und eigentlich hat er mich angeschrieben, weil ich damals noch für Stormbringer Reviews geschrieben habe, für sein Solo-Projekt, und daraus ist es entstanden, die Chance hätte ich nie bekommen, wenn ich mir gedacht hätte, ah, der Jörg war er, glaubt, der ist was Besseres mit seiner Kamera, und er redet ihm mit Leuten, mit seinen Faceless Covers, und wenn er was spielen kann, und glaubt, und glaubt, er kann, glaubt, er kann eine Wiener Szene erschaffen, wer glaubt er, dass er ist, sechs Jahre später, who stayed it now? Liebe Leute, who stayed it now? Mit dem, was wir jetzt derzeit haben, mit dem Zusammenhalt, den die Bands haben, und den Connections, auch wenn sie es vielleicht gar nicht checken, was für ein fucking Hippie-Love-Spirit wir da haben jetzt gerade, in Wien ist ja wunderbar, viel cooler als alles, was ich bis jetzt gekannt habe, fuck if irgendwer von uns ist, ob es jemand schafft oder nicht, I don't give a crap, aber dass die Konzerte, die wir gehabt haben, vor Covid-19, die waren großartig, und die vermisse ich auch, und das ist Networking gewesen, das ist Networking for you. Ich glaube, das ist ein relativ gutes Ende zu dem Ganzen. Ich habe gerade ein Ovum gemacht, von diesem Covid-19 Metal-Cover, von wem ist das? Von den 12-Foot-Ninjas, von dem Typen, der das gemacht hat, oder keine Ahnung? Ich habe 16. Ah, ich schicke dir das, bis du dappert. Uh, das ist uhrhut. Passt. Okay. Roll the outro. Roll the outro, bevor er noch nie was anderes sagt. Ist gut, oder? Ja, aber noch ein zweites. Okay. Ja. Ja.